Mein Name ist Marc Schreider. Ich komme ursprünglich aus Lützebüurg, also ich bin Lützebüuer. Mir war nicht froh, wie wir heben, zu sprechen, ob man heben möchte, wenn man Lützebüurg sieht. Es ist schwer für mich zu definieren, was heben möchte. Ich bin in meinen ersten 19 Jahren zu Lützebüurg gewohnt. Da bin ich auf Dünne gegangen, weil wir nicht mehr müssen auf Dünne gehen. Wir hatten zu Lützebüurg keine Uni. Aber seitdem ich mit 19 Jahren fortgegangen bin, habe ich eigentlich im Ausland gelebt. Ich kann mich erinnern, als ich schon lange zu New York gelebt habe. Ich kann mich erinnern, als ich zu Lützebüurg war bei meinen Eltern. Ich bin nicht ganz leer, als ich zu Lützebüurg gewohnt habe. Ich wohne immer noch immer dort. Also, wenn ich dann zeige, ob ich in New York gesehen habe, dann habe ich meine Eltern gesagt, morgen gehe ich heben. Heben war für mich eigentlich in New York oder ich bin noch ein paar Jahre zu London gewohnt. Das war für mich so heben. Also für mich ist heben eigentlich da, wo ich mich am wohlste fühlen. Natürlich kann ich seine Origine nie lasken. Also, das ist irgendetwas schon. Ich meine, meine Formative Jahre waren zu Lützebüurg und ich kann ihnen seine Origine nie ganz lasken, egal wo ich an der Welt wohne. Ich fühle mich trotzdem immer noch als Lützebüürer. Und ich bin auch gewissermaßen stolz da. Also, ich will nicht sagen, dass ich ein Patriot bin für Lützebüurg. Wann auch politisch er bis zu Lützebüurg ging schieflaufen, wäre ich ganz kritisch da. Also, ich bin sicherlich nicht chauvinistisch, mal nicht patriotisch. Ich möchte das aber etwas zu Lützebüurg, wo ich so ein... Das ist mein Hemisch, so muss ich sagen. Spruch ist natürlich ganz wichtig. Doch hier muss immer Lützebüurg gesprochen gehen. Obwohl Lützebüurg ist französisch, quasi die administrativ offizielle Spruch. Mein Lützebüurg spruch war dann im deutschen Dialekt, also etwas wird uns als Lützebüurg definiert. Und es hat auch seinen Abantagen, dass es ein Spruch, das wir nicht mehr zu Lützebüurg gesprungen sind, dass ich mich quasi geforst habe, Polyglot zu gehen. Ich spreche es in Deutsch, Französisch und Englisch. Und ich habe mich quasi gezwungen dazu, weil es kein Lützebüurg gibt, nicht mehr zu Lützebüurg gesprungen. Und das ist natürlich ein Tötz, ein Vantage, wenn man dann an der Welt rumkommt. Und ich meine, das definiert auch eine gewisse Identität als Spruch, wie in allen anderen Ländern auch. Voilà.